Was geht ab, meine lieben Manni am Start? Bevor das Video jetzt startet, wollte ich euch nur Bescheid sagen, weil viele ja immer fragen, Manni, wo spielt ihr online? Unten ist jetzt meine WhatsApp-Gruppe angepinnt, müsst ihr in die Kommentare gehen, allererstes Kommentar, da ist ein Link drin, da braucht ihr nur auf den Link klicken, dann kommt ihr direkt in die Gruppe, da bekommt ihr dann alle Infos und so weiter. Ihr könnt da noch nicht schreiben, weil ich das erstmal nur für Admins gemacht habe, aber da bekommt ihr jeden Tag Infos, Wohlspiele, bla bla bla. So, wie gesagt, der Link ist unten, in dem Sinne, meine Liebe, kommt einfach rein, haut rein, Manni. Was geht ab, meine Liebe, Manni, hier? So, wir gehen mal rein, hier, Bison-Battle, gucken wir mal. Ja, ich gebe mich auf den Sack, so. Hm, 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 hm. Komm, wir kaufen erstmal den hier. Checkt auf jeden Fall den Kanal aus, lasst ein Abo da, aktiviert die Glocke und Daumen nach oben, das kostet euch ja nichts. So, gucken wir jetzt mal hier rein, denkt an die WhatsApp-Gruppe, für alle, die online Interesse haben, beziehungsweise selber hantieren und wissen wollen, wo ich hantiere, kommt da rein. So, und jetzt gucken wir, was hier läuft. Wir hatten ja eben noch die gute Flatsche bei Fat Rabbit gehabt. Er hat sich rausgeholt, hatte jetzt eben 1200 Abo Adress gelassen. Ich dachte, komm. Gucken wir mal, was hier so abläuft. Oh, weia. Ja, das nenne ich doch mal den übrigen Arschbrand. so, P-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p, komm mit Händen, mal den. Aber mega graphic, ey. Green Valley feature. Green Valley. Ja, die Zeit wanted alfa's. Puh, Puh, Puh! Nehme ich nochmal. Deswegen spiele ich immer so unterschiedlich in so vielen Casinos. Oft habe ich das so, wenn ich irgendwo einen guten Treffer hatte, dass danach erstmal nichts geht. Klar habe ich das natürlich auch anders gehabt, als ich so einen Lauf da habe oder hatte. Aber im Normalfall gibt es öfters dann einer um Säbel. Komm, wer hat den anderen Schmutzpeter da auch rein? Oh, komm! Boah! Nehmt mal Dreieck, guckt euch das an! Komm, 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 komm! Komm, komm! Komm doch her! Sauber! Boah, schade, dass die Spiele jetzt schon vorbei sind. Knaller gewinnt! Damit kann man arbeiten! Boah, das wäre aber echt mal nicht schlecht, Mann! Ja, wir mal sehen. Green Valley Feature Ja jetzt sind auch noch Schmutzpfeife aus hier. Ein guter Boni, danach wieder Scheiße. Aber gut, das ist halt so ein Hopp oder Top. So ein Mittelding bei dem Spiel hier, schwierig. Komm wir nehmen den nochmal. Wir können auf jeden Fall beide Bonis sehr sehr interessant sein. Am zweiten habe ich auch schon auf das mal ein paar gute Sachen gesehen. Komm, darf die Bieste da rein, Mann. Ach komm, ganz dreckige Runde. Ja gut, was wir jetzt drauf haben, können wir ja auch locker spielen nach dem Gewinn von eben. Hm, das wäre natürlich trotzdem cool nochmal so R3000 hoch zu kommen. Ja, das ist noch locker. Ja, das ist noch locker. Ja. 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 Ya. Ja, vorbei. Scheisse. Das Feature ist irgendwie schwierig, ich weiß nicht warum. Obwohl es teurer ist. Komm, gehen mal Risiko, komm jetzt genau. Ach komm, tut doch die 500er Granate da rein. Mit Zero macht ja da nichts los, oder? Das war's wieder. Ich weiß, dass dieses Eis Feature hier auch gut sein kann, aber keine Ahnung, wie finde ich das hier viel interessanter. Keine Ahnung, schreibt mal in die Kommentare rein, also ich finde das Green Valley 1 schon besser. Obwohl klar, wenn er nicht ruckzuck die goldenen Wild Saints ist natürlich auch ekelhaft. Interessant. Jetzt da unten. Gön, noch da, das eine wild man natürlich nicht. Guck dir das an, guck dir das an. So schöne Multis drin gewesen. Hat ein Schmutz-Däden hier rein. Guck dir das an, guck dir das an, guck dir das an. Daumen dritte Position. Falte Positionen wieder erst. Ok. Tja, dann brauchst du den Toro, dann kommt der nicht, dann brauchst du dies, dann kommt das nicht. Dabei hast du so viele Wilds da. Komm, einmal nehme ich den mit. Dann ist heute sowieso erst mal Feierabend. Wir haben heute gut Prost gemacht. Bin zufrieden. Ja, für nichts. So gut, jetzt komm, jetzt bräuchten wir den. Jetzt müsste er da auftauchen. Dann könnte er zwiebeln. Komm noch mal rein. Guck dir das an. Komm, gib den Toro. Natürlich nicht. Guck dir das an. Ach, Mann, Mann, Mann. Ey, das hätte richtig eskalieren können. Ey, wenn da das Visum eingelaufen wäre. Guck dir das an. Komm, wir müssen nicht mehr rein. Guck dir das an. Wenn das nicht mehr rein. Wenn du nicht mehr rein und mehr rein. Immersion eingelaufen ist. Wie mir keinen. Komm, gönnen die die sonst wieder. Das hat richtig Potential, echt vom feinsten, ist aber halt ein ganz schwieriges Ding. Das war's für heute. Und wenn man nicht schlecht mit das Spiel uns mal aus der Scheiß holen würde. Das ist auch nicht das Gelbe vom Ei, da brauchen wir auf jeden Fall nochmal irgendwas. Schmutz aber wieder nicht kommt. Ach komm. Hatten Schmutz. Eispark Feature. Eispark kann nach Hause gehen. Ich finde das hier viel besser. So, letzter Kauf, wenn jetzt alles mies läuft. Green Valley Feature. Komm, mach kein Scheiß jetzt. Komm, mach mal. 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 Okay. Letzter Spin. Komm, mach mal. Ach, willst du da machen? Mal vier, mal vier. Dies, das, jenes. Kommt ja nicht dahin, wo du den brauchst. Leider geht noch, ne? Ja. 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 Nooo Ich denke so viele Bison hier, aber es ist keine Dinger rein. 5 zu 5. Ach komm. Dann nehmen wir den noch mal. Ja wir sind ja auch im Stand vielleicht am rumhüpfen, aber... Das war jetzt. Das war ganz mies. So ein Quatsch. Ja gut Leute, ich mach mal auch Stop hier. Schade. Der 900er Flatsche war gar nicht so übel. War mal kurzerhand auch wieder ein bisschen vor. Aber ja gut. Das ist einfach so. Das kann in die Richtung laufen oder in die. Wie gesagt, ich hab ja auch eben schon ausgezahlt. Deswegen hab ich jetzt auch keine Miesen. Und ja man. In dem Sinne. Haut rein. もう es fertig. Ja